Feuer! Feuer! Wir trinken nur, wir rauchen mit. So ihr Leute, wenn ihr hier seid, müsst ihr euch das anschauen. Das macht dann Batsch und Klitsch. Oje, du hast wieder den billigen Raggi genommen, wo nichts bringt. Das tut gleich mehr. Das ist vorgebräunter Schnaps. Nach Freilich. Das gab es früher in den Spitalstücken. Macht er gleich. Dann muss er es unten reinschütten. Pass auf, dann musst du es inhalieren. Das muss dann inhalieren. Aber das schmeckt nicht schlecht. So. Möchtet ihr so tot haben? Nein, ich bin jetzt kackt. Ich hab den schon. Beide. Trinken. Ja. Ich hab da schon vier Stück. Er hat ja da nicht gekuckt. Das Raki ist Raki. Er hat doch auch 40 Prozent. Das Raki zum Frühstück. Für Bletch und für Stephanie. Und gleich knallt das Glas wieder. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Es passiert nichts. Los. Pass auf. Blop. Nein, das Glas geht nicht. Chorchi, Chorchi, Chorchi. Ich trinke nicht. Wieso geht das Glas heute nicht kaputt? Was wird noch? Moment. Guck. Ach nee, jetzt passiert das jetzt. Oder? Zu viele Servier. Jetzt hat er zu viele Servier, dann kriegt er kein Loch rein. Nee, jetzt. Hast du das letzte Mal unten drunter gestimmt. Nein, nochmal eins. Aber nicht mit heißem Glas. Jetzt? Ja. Okay? So. Hoppa. Hoppa. Guck. So. Hast du gesehen? Probieren, probieren. Schnell, 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 schnell. Noch eins. Das schmeckt doch gar nicht so bitter. Das schmeckt immer nach verbranntem Plastik. Ja. Das schmeckt doch nicht.